ho 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 hallo liebe freunde ja als erstes muss ich erst mal mich entschuldigen weil der dritte advent wo ich eigentlich eine verlose machen wollte hat nicht funktioniert ich habe meinen sohn hier und da ging gar nichts deswegen machen wir jetzt den dritten advent und den vierten advent zusammen so ich werde euch gleich eine frage stellen wo zwei antworten drin sind die ihr mir dann hier unter dem video in die kommentare schreibt so aber als erstes bedanke ich mich noch mal bei drahtesel radheim die mir das gewinnspiel ermöglicht haben ohne die wäre das glaube ich gar nicht erst gegangen sorry ich habe gerade ein bisschen gewackelt nicht nur ganz im handy auf wollte damit der gopro aufnehmen aber der akku leer naja gut so jetzt freue ich euch nicht lange auf die folter hier kommt jetzt die frage und zwar müsst ihr jetzt gucken entweder ist das aus meiner sommertour 2021 die btg tour der erste teil sommertour teil 2 oder sommertour teil 3 so da ist nämlich dann irgendwo auch die antwort zu finden und hier kommt jetzt die frage ich stand ja vor so einem zoll schild da habe ich ja gesagt die ausweise raus so habt ihr schon mal einen kleinen tipp wie heißt der ort wo der lutz und ich den kaffee getrunken haben und wie heißt der fluss dazu und wie heißt der fluss dazu der fluss fließt unten und der ort ist oben also mussten wir den berg hoch so nochmal die frage wie heißt der ort wo der lutz und ich den kaffee getrunken haben und wie heißt der fluss dazu die richtige antwort schreibt ihr mir bitte unter diesem video in die kommentare und die auslosung machen wir dann am 23 12 ich würde mal sagen um 18 uhr und dann machen wir die auslosung und dann werden zwei gewinner gezogen die dann ihre überraschungspakete bekommen somit haben wir dann drei und vier zusammen gemacht gut ich wünsche euch viel glück und wir sehen uns am donnerstagabend bis dann ciao ciao euer andy bis zum nächsten Mal